Natürlich könnte ich auch Bundestrainer werden, gar keine Frage. Wie gesagt, ich verfüge über genügend Erfahrung. Aber meine Tätigkeit hier im deutschen Fußball war halt geprägt, dass ich gegenüber der Nationalmannschaft oft doch kritisch gewesen bin. Und insofern glaube ich, dass der Deutsche Fußballbund mit mir nicht so viel anfangen kann.